Hallo Leute, da bin ich wieder. Es ist immer noch tiefste Nacht, da oben warm bei der Festung. Und wir haben uns jetzt hier durch diese Goblins gemetzelt. Gebt bei den Erzklucken. Ihr hebt nichts auf, oder? Was war das denn jetzt? Der ist voll verpufft. Habt ihr das gesehen? Ist hier noch jemand? Hallo, noch einer da. Aber, eine Kiste. Ey, wir haben fast keine Heiltränke mehr, ne? Das sind Fische. Komm mal her. Jetzt bin ich wieder klassen, Nasch. Da ist noch was. Großer Fisch. Ups, ich wollte dich gar nicht ansprechen. Ja, ja, ich gehe ja schon raus. Ich bin auch nass. Stellt euch nicht so an. Das wird auch wieder trocken. Kleiner Geldbeutel. Was sich da alles versteckt. Jetzt gucken wir mal da noch. Ein paar Fische. Nass sind wir eh schon. So. Abmarsch. Äh, jetzt sind sie weg. Ich habe sie doch gerade gesehen. Achso, ihr habt sie schon. Ja, hebt sie nur alle auf. Könnt ihr ein paar Riesenfische sammeln? Da gibt es so eine komische Quest mit Riesenfischen. Findet auch nur kleine. Also wisst ihr, ihr könnt euch mal ein bisschen anstrengen. Na, hier. Ey, warum ist das denn da so dunkel? So, wir gehen jetzt mal hier so ein bisschen querfeldeinfeld aus. Ich denke, dass wir da irgendwie hinkommen. Hoffe ich. Denke ich. Meine ich. Ich weiß auch gar nicht, ob wir zu schwach sind für diese Festung. Hallo? Was seid ihr? Hey. Wo denn? Nein, das sind hier keine Goblins. Seht doch. Guckt doch. Irgendwie so da rüber müssen wir. Ganz schön philosophisch, was du da blabberst. Oh, ey, ich sehe nichts. Ich bin blind wie ein Maulwurf. Ups. Können wir hier so quer rüber gehen? Das ist doch da drüben. Ey, ich... Ja, du hast recht. Wir gucken mal auf die Map. Also da geht ein Weg runter. Aber wir müssen da hoch. Also laufen wir da querfeldeinfeld aus. Hab ich jetzt beschlossen. Ah! Macht jetzt keinen Blödsinn. Ich speichere mal kurz. Ei, 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 ei. Wo denn? Ich sehe überhaupt nichts. Wo denn? Ach, hier. Seit wann haben diese dummen Goblins da so eine Schilder? Das ist ein Blödsinn hier. Ach, das seid ihr? Oh, Gott. Oh, wow. Sie mit ihrer Peitsche hier. Weiter so Mädchen. Ich sehe überhaupt nichts. Also im Dunkeln... Im Dunkeln ist das schon echt blöd. Wo kommen denn die her? Na, Gott sei Dank. Ey, was ist das denn für ein Blödsinn? Kann man hier langlaufen? Geräte schuppen. Wo sind wir denn hier gelandet? Hm. Hier was? Hier war ich ja noch nie. Hallo? Einer zu Hause? Oh ja, wenn keiner da ist, dann... Das hört sich nicht gesund an. Plündern wir hier noch alles. Ein Totenschädel. Oh Mann. Ey, ich bin bestimmt schon wieder überladen, oder? Mittel. Moment mal, Moment mal. Hier das Gelump gebe ich mal meinem... meinem Vasallen. Komm mal her. Hier, du trägst das jetzt alles. So. Die Knochen trägst du auch. Die auch. Und das Eisenerz kannst du auch tragen. Stell dich ja nicht so an. Hab ich immer noch Mittel. Was ist denn hier los? Oh, das ist gut. Was haben wir hier? Ah ja, komm. Nimm die Maske. Alles Gewicht. Weg damit. Warum bin ich so schwer? Hm. Was haben wir denn hier? Ach, da haben wir ein Zielkristall. Okay, da haben wir zwei von denen. Hier, die großen Fische kannst du haben. Und die Nuss kannst du auch haben. Check. Was ist das? Einige Bräulis kannst du auch haben. Den Riesenfisch heben wir auf. Das kriegt auch hier unser Maß an der Ausdauer. Das heben wir mal auf. Das heben wir auch mal auf. Ich werde nicht leichter. Ich bin einfach zu. Ich hätte jetzt leider gesagt, ich bin zu fett. Aber. Haben wir keine Lampe oder so? Ich meine, ich will ja nicht meckern. Aber Filze sind gut für die Ausdauer. Wenn wir hier so ziellos drauf loslaufen. Denn ich weiß, hier verbirgt sich etwas, was nicht gesund ist für uns. Das Ding ist, wir müssen ein bisschen in die Richtung. Hallo, einer da? Da brennt irgendwas. Boah, wenn ich nix sehe, ne? Dann bin ich wie ein Maulwurf. So, da haben. Was? Ach, du lieb. Ach so, okay. Ja, gut, das ist jetzt nix hier. Wo ist er denn? So, ähm. Hoch da. Und hau, 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 hau. Ich seh überhaupt nix. Aua. Wo bin ich denn? Ich seh überhaupt nix. Boah. Ich seh überhaupt nix. Hallo. Wo bin ich denn? Ich bin aus die Nase gepeilt. Aua. Aua. Ey, hier ist unten, Alter, gestorben. War da nix. Aua. Steh auf. Ich seh überhaupt nix. Komm, hier. So. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin völlig verpeilt. Heilung. Was ist denn du hier? Grünlattig. Happa, happa. Oh Gott, das hilft ja überhaupt nix. Nein, das ist ja hier nicht. Äh, gib mir die zwei Pilze. Hau ich mir auch noch rein. So. Oh, jetzt bin ich schon wieder hingefallen. Kleiner mal hoch da. Hör auf, mich runterzuschmeißen. So. Hör auf, mich runterzuschmeißen. Diese Ziege. Die Ziege heilen mich. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Hör mal bitte jemand hier. Los hier. Ich seh überhaupt nichts. Irgendeiner ist schon wieder tot. Aua. Die Schlange ist erledigt. Okay. Komm, komm, komm. steh auf. Hey, hey, hey. Warum fühl ich mich denn so schwer hier? Putz mal hoch hier. Komm. Auf, auf die ziege. Mach die Zwiegel da oben kaputt. Das dumme Ding, was immer heilt. Komm, du hast noch ein bisschen Ausdauer. Komm schon, mein Freund. Du kannst das noch. Ups. Bin ich wieder runtergefallen. Das zieht mich wieder oben. Geht mir echt auf den Hüssen. Du hast irgendjemanden sehr wehgetan. Mach mal, die Magierin. Wo kommt die nachher? Verdammt nochmal. Steh auf, meine Magierin. Das Ding brennt doch schon jetzt. Kommt, die letzte Leiste. Scheiße. Ja, ich weiß, sagt man nicht. Hoch der Hopper. Ups. Verdammt nochmal. Was ist denn das für ein Blut? Wo ist sie denn? Ich seh sie nicht. Ach, hier. Es kann nur nicht so schwer sein. Und dann habt nochmal. Auf, die wird sie jetzt hier. Auf da, auf da, auf da, auf da. Ups. Hör auf zu brüllen, wie ein großer. Komm hier. Ja, wir haben eine Erzmagierin dabei, die kann natürlich nicht heilen. Das Ding wird irgendwie jetzt auch gleich das Zeichnchen sehen. Oh. Verdammt. Oh, nicht schlafen. Oh, na super. Das ist ja nun hier ganz... Hör auf. Nein. Geh weg von mir. Und nicht einschlafen. Ja, ich helfe dir gleich. Du hast noch genügend Balken. Das geht noch. Ja, dann macht mal das Ding fertig. Komm her. Steh auf. So. Ey, der ist aber auch wieder spezlig, selbst hier. Oh, verdammt. Das sieht nicht gut aus. Ich hab das Gefühl, dass jetzt hier alle gleich verrecken. Oh, verdammt noch mal. Ich hab keine Ausdauer mehr. Schitty scheiße. Mist. Ich hab keine Ausdauer mehr. Ach, komm jetzt. Hör doch mal auf. Hör auf, mich anzuknappern. Oh, nein. Hilfe. Können wir helfen? Danke. Wo bin ich denn? Ich weg. Ja, ich komm ja schon. Oh, Gott. Aua. Wo ist er denn? Ich seh ihn nicht. Oh, mein. Ja, ich helfe dir gleich. Aua. Ich seh nichts. Stopp, endlich. Oh, mein. Tritt mir nicht. Ich bin fast tot. Oh, Gott. Oh, Gott. Auftraggemeister? Ja, keine Ahnung. Irgendwas hier. Töte so und so. Wie Kimäern wahrscheinlich. Oh, Mann. Das war jetzt aber ganz schön hardcore. Ja, jetzt ist auf. Hier liegt doch noch irgendwo einer tot rum. Ingrid, steh auf. Oh, Mann. Puh. Wie ungeschickt von dir. Weißt du was? In welche Richtung? Hier. Ey, könnte es mal bitte wieder Tag werden. Das ist hier ganz schön. Oh, wir sind alle ganz schön lädiert. Das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Aber wir laufen mal nach dem Speichern straight da weiter lang. Oh, Gott. Wie schlecht von mir. Oder habt ihr das gesehen, wie ich mich angestellt habe? Fürchterlich. So. Da irgendwo. Ich zögere ja gar nicht. Ich habe nur Angst. Hoch da. Vor allen Dingen sehe ich nichts. Du blieb wie ein Maulwurf hier. Lauf dir mal so im Dunkeln. Hey, der Witzker. Der Werder Forst. Na super. Hey, der Witzker. Ey, was. Nein, jetzt keine Ungeheuer. Ich habe Angst vor Ungeheuern. Ich will jetzt keine Ungeheuer mehr. Hier ist eine Kiste. Die will ich aber. Heiltrank. Blendpfeile. Wie unnütz. Seht ihr was? Ich sehe überhaupt nichts. Aber wir kommen unserem Ziel näher. We're not just here. These parts look so clean. Sag jetzt nicht sowas. Nein, wir waren hier doch nicht. Das ist ein großes Ding hier vor uns. Verdammt mich nochmal. Oh Mann. Was ist denn das für ein Blödsinn? Oh, ich kann mich ja... Ey, was... Hier ist so eine Heilquelle. Alle in die Quelle. Komm, 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 komm. Alle in die Quelle. Erstmal Heilung, Heilung, Heilung für alle. Würdest du bitte dich ins Wasser stellen? Ja, ja, ja. Alle hierher. Hierher, hierher. Äh, nee, hierher. Her, hier. Alle heilen. Jack ist gesund. Du auch. Alle her, hier. Und du kommst auch ins Wasser. Stell dich nicht so an. Jetzt wird erstmal geheilt. So. Haben wir noch eine leere Flasche? Oh, offensichtlich kann ich ihn verreinstecken. Könnt ihr mal die Eier, ihr könnt das machen. Ich tu mal hier das Wasser schöpfen. So viele Flaschen, wie ich hab, die nehmen wir mal mit. Ja, mach nur. Oh. 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 So, ihr kommt nicht ins Wasser. Ja, wir bleiben mal hier rotzfrech in der Heilquelle stehen. Was war denn? Die waren mit Marien, glaube ich, oder? Hier, die Finger. In deinem dicken Bauch hier. Sterb nur. Oh, komm her. Ups. So. Komm her. Mit deinem blöden Schild hier. Was hast du vor dem fickenden Schild? Was bist denn du da? Ups. Okay. So. Ei, 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 ei. Was für eine Engine hier. Aua. Ja, ich helf dir. So. Ey, die Geister sind aber schon doof. Die lassen aber normalerweise den geilen Loop fallen. Ich weiß ja nicht, wie man... Weil da habe ich noch mal. Die macht mich ganz irre. Mit Magie, ja, dann mach, du bist die Magierin. Du siehst hier, meine Pfeile haben... Du musst schon von mir weggehen. Komm, stirb einfach. Ey, Geister und dies und das und jenes. Irgendjemand muss eingreifen, ja. Würdest du bitte dein Schild wegmachen? Stell dich nicht hin. Ups. Oh Mann, ich blick überhaupt nicht mehr durch. Hilfe! Würde die Magierin mal bitte was machen? Kann man nur mit Magie kaputt machen. Meine Pfeile haben überhaupt keine Wirkung. Ja, dann mach mal. Hier, komm, du bist doch Magierin. Los hier. Mach mal. Ups. Und dann noch diese komischen Goblins hier. Ja, hab ich doch gemacht. Ich bin doch schon... Ups, dabei. Würdest du bitte... Ey, Leute, es tut mir leid. Das ist hier voll die Action. Ich blick überhaupt nicht mehr durch. Wo kommen diese ganzen dummen Goblins her und diese Geister noch dazu? Die irgendwie nur mit Magie kaputt gehen und... Stopp einfach. Was macht ihr hier? Wer hat euch Ausgang erteilt? Ups. Ah, hier, hinter mir ist er. Also in dieser Heilquelle, da wird das nie was. Jack, helft ihr. Ups. 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 Du hast was gelernt? Das freut mich. Das ist jetzt... Das ist gesetzt. Ey, was ist denn? Leute, das ist eine Chaos-Folge. Ihr seht schon. Ich bin hier voll... Ja, dann mach, komm. Oh Mann. So. Ey, wir hüpfen hier in dieser Heilquelle rum. Ey, wir kriegen die Dinger nicht kaputt. Da ist dieser magische Bogenschütze natürlich wieder viel besser, ne? Dadurch, dass der auch magische Angriffe... Was ist denn hier? Ist doch noch... Blödet ihr bitte einfach... Oh. Was für ein Stress. So. Hammers? Alle heilen, bitte. Oh Gott. Was ist denn jetzt für eine Scheiße aus? Was denn jetzt? Nein, nein, nein. Kein Goblin mehr. Liegt mir nur irgendwas rum? Was? Wo... Was ist denn? Ey, jetzt haben wir die ganze Nacht gekämpft. Die Sonne geht auf und wir haben hier den Stresses... Jahrhunderts und lasst meine Magierin in Ruhe. Komm, wir... Achso, der ist tot. Okay. Na wunderbar. Wir haben triumphiert. Wir sind in die falsche Richtung. Wir müssen irgendwie in die andere Richtung. Hier lang, oder? Ja, das sieht gut aus. Sind wir dann soweit, oder? Okay, wir haben keine Flasche mehr. Na gut. Dann laufen wir. Da ist doch eine große... Da kommen wir doch nicht vom... Vorbei. Rauf da. Ja, ähm... Hallo? Stell dich doch jetzt nicht so an, mein Freund. Hoppa. Was ist denn hier? So, hier. Hopp. Ja, und. Fleißig, meine Sklaven. Ja. Los hier. Alter, ein faules Pack. Los. Hallo. Das ist genau auf der anderen Seite, oder? Seht ihr das? Können nur um diesen Felsen rum herumlaufen. Gut, ich würde mal sagen, jetzt haben wir hier voll die Metzel-Action gehabt. Und dann machen wir beim nächsten Mal weiter und erreichen doch hoffentlich mal diese Festung. Ich sage danke fürs Zuschauen. Und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Eure Emre 70. Bye, bye.